Vorbereitungen fangen noch viel früher an. Du bist ja ein alter Pfingstreiter, gell? Ich bin ein alter. Wie viele Jahre schon gewesen? Ich bin heuer, also heuer war ich 39 Jahre alt. 39, das ist schon bald goldene Hochzeit, oder? Und wann fängt die Vorbereitung? Dann. Vorbereitung, glaube ich, das wird auch von mir mindestens ein. Ja, die nimmt ein Video auf. So lange muss man vorbereiten. Schmuck für die Pferde, oder? Du hast ja so Rosen gebastelt, hat mir mal eine erzählt. Röserler, ja. Schau her, das war dein Leben. War mein Leben. Also immer mein Leben. Und bleibt dein Leben. Alles klar, vielen Dank. War immer mein Leben. Deswegen kannst du mit den Pferden so gut schmatzen, gell? Hallo, Kinder! Achtung, wir werden gebraucht. Gleich kommt das nächste Gewitter von oben. Ja, der andere, der ist ja hinten am Quatschen.